Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Celine, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal und heute geht es wieder um ein ganz tolles Thema, denn ich möchte dir heute meine drei Top-Beauty-Dienstleistungen nennen, mit denen du wirklich gutes Geld verdienen kannst und ja, damit du wirklich weißt, vielleicht mit welchen Dienstleistungen du beginnen solltest oder welche sich wirklich lohnen, habe ich hier mal drei Top-Beauty-Dienstleistungen zusammengestellt. Und Dienstleistung Nummer eins ist tatsächlich Gesichtsbehandlungen, aber nicht nur im klassischen Sinne, sondern tatsächlich auch im apparativen Bereich, denn gerade in den apparativen Techniken ist es extrem wichtig, dass du da wirklich weißt, dass da unheimlich viel Potenzial ist, denn jede Kundin möchte natürlich gerne dauerhaft jung aussehen, frisch sein, gerade was für ihre Haut tun, im Anti-Aging-Bereich wirklich aktiv sein oder gerade auch gegen ihre Problemzonen kämpfen. Und von daher ist es wirklich interessant zu wissen, dass Gesichtsbehandlungen grundsätzlich wirklich richtig gute Dienstleistungen sind, um irgendwie auch Geld zu verdienen, denn darum geht es natürlich auch. Es geht dir natürlich darum, deine Kunden glücklich zu machen und auch die Dienstleistungen anzubieten, für die dein Herz schlägt. Aber es geht natürlich vor allen Dingen auch darum, davon leben zu können. Und deshalb solltest du dir gut überlegen, welche Dienstleistungen du anbietest. Und wenn du vielleicht schon im Bereich der Gesichtsbehandlung aktiv bist, dann denk doch mal darüber nach, auch operative Dienstleistungen anzubieten, denn diese können natürlich wesentlich mehr bewirken und haben viel, viel größere Effekte, sodass du dann wirklich auch Fortschritte und auch Effekte bei deiner Kundin siehst. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass deine Kundin auch sieht, was mit ihrer Haut im Laufe der Zeit passiert. Also Beauty-Dienstleistung Nummer 1, Gesichtsbehandlungen im klassischen Sinne, aber vor allen Dingen auch in den operativen Techniken. Also schau dich doch da mal um, was in deinem Sortiment noch so fehlt und was du vielleicht noch ein bisschen nachrüsten könntest. Dienstleistung Nummer 2 wären Wimpernverlängerung, Wimperndienstleistung im Bereich Verlängerung oder auch Lifting. Das sind wieder Dienstleistungen, wo du wiederkehrende Kunden hast und wenn du das auf ganz hohem Niveau anbietest, wirklich mit sehr, sehr hoher Qualität, mit sehr gutem Material, dann kann das Ganze wirklich dazu führen, dass du auf diesem Gebiet wirklich extrem erfolgreich wirst, denn das sind Dienstleistungen, die die Kunden sehr gerne in Anspruch nehmen. Vor allen Dingen möchte man natürlich gerade um die Augen herum wirklich immer einen perfekten Augenaufschlag haben. Und jemand, der Wimpern-Extensions gewohnt ist oder auch Wimpern-Liftings gewohnt ist, der möchte darauf nicht verzichten. Und von daher sind insbesondere auch Wimperndienstleistungen wirklich richtig lukrativ, wenn du dann wirklich auch deine Preise richtig kalkuliert hast, gute Dienstleistungen wirklich zur Top-Qualität anbietest und auch mit hochwertigen Produkten arbeitest. Und die dritte Dienstleistung, die ich dir ans Herz legen möchte, um wirklich auch aus deinem Geschäft das Maximum rauszuholen und wirklich viel Geld zu verdienen, sind Permanent-Make-Up-Dienstleistungen und aber auch Micro-Blading. Ich fasse das hier an der Stelle gerne mal zusammen, denn das gehört ja natürlich alles zu dauerhaftem Make-Up und gerade die Dienstleistungen werden unheimlich gerne in Anspruch genommen von den Kunden, weil sie das Leben leichter machen. Sie müssen morgens nicht mehr so viel Zeit investieren im Bad und sehen wirklich zu jeder Zeit und Stunde wirklich gut aus. Und diese Dienstleistungen sorgen dafür, dass du wirklich deine Kunden glücklich machst und natürlich auch für dich eine gute Kasse am Ende des Abends gemacht hast. Und somit hast du hier wirklich drei gute Dienstleistungen, wo du dein Unternehmen ein Stück weiter nach vorne bringen kannst und wirklich richtig gute Umsätze fahren kannst. Also überleg doch mal, welche Dienstleistungen du aktuell schon anbietest oder vielleicht bietest du auch noch gar keine an und hast hier wirklich drei richtig gute Tipps bekommen, mit denen du durchstarten kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Daumen hoch da, abonnier unseren Kanal und bleib somit immer up to date. Bis zum nächsten Mal!